So Freunde, willkommen zum dritten Tag des blutigen Kampfturniers, keine Heilung, keine Wiederauferstehung, drei Sterne und grün ist gesperrt. Hier befinden wir uns auf Top 5%. Das ist prinzipiell, oh, prinzipiell gut. Das ist A, oder? Ja. Jawohl, schön. Gestern noch 1-0 und dann sind sie ausgerastet. Dann ging's los. Junge, Junge, Junge. Okay. Läuft. Einmal eine Sache muss ich noch sagen. Wir müssen das mal eben einmal machen, weil es ist tatsächlich geschehen. Die Avengers haben den ersten mythischen Titanen verloren. Und wenn es jemand sein kann, dann war es tatsächlich Gypsy Danger. Die sind in den letzten Monaten immer knapper rangekommen. Und jetzt doch mit ordentlichem Vorsprung, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist schon nicht schlecht. Und man sieht halt auch, die anderen, die juckt das gar nicht. Also die gehen dann wirklich so, die wissen genau, wir gehen für Top, für Platz 3 gehen wir ins Rennen so ungefähr. Weil die ersten beiden, da sind halt die beiden, die machen's halt. Und man muss ja auch mal sagen, es gibt einen Spieler, nämlich Globs, der rennt allen den Rang ab. Es ist Wahnsinn. Also Globs wirklich bei den Türmen, bei den Events, beim mythischen Titanen, entweder auf 1, meistens auf 1, wenn dann knapp dahinter irgendwo. Das sieht man halt auch. Also hier jedem den Rang abgelaufen, mit Platz 1, 1,5 Millionen. Das ist schon stark. Und dann halt hier im Gesamten 13,6 Millionen. Das sind auch 700.000 Unterschied. Also das ist schon, und man sieht halt auch hier die Dominanz. Gypsy Danger, Gypsy Danger, Gypsy Danger. Die ersten drei, alle Gypsy Danger. Das ist halt, ähm, das ist halt schon krass. Und wenn man dann mal guckt, das sind halt dann, äh, ich hab gesagt, es gibt Leute, die halt auch ihre Pengis doppelt Limit breaken. Und ich glaube, Globs hat bestimmt nicht nur diese beiden Pengis doppelt gelimit braked. Wundert mich, dass ein Hammertask nicht doppelt gebraked hat. Ja, aber wahrscheinlich ein Franz oder sowas. Also, und man sieht auch an den Truppen, ne, die Ninja-Truppen, 27 ist wahrscheinlich die, wo sie sich im Angriffswert nicht mehr verbessern. Die letzten drei Stufen, deswegen auf 27. Das macht dann natürlich auch schon was aus, ne. Wenn man mal guckt, das sind 26%, das sind 32%. Das gibt noch diesen extra Touch, ne. Und, ja, das ist halt, also, da muss man, da muss ich ja wirklich mal sagen, ähm, der hat wahrscheinlich nicht nur Glück. Mit dem, mit dem mythischen Titan, ne. Also, der, der hat auch die richtigen Helden dazu und dann auch das nötige Wissen, ne. Also, wie er was am besten wie macht und sowas. Aber, das, das, das Wissen haben wahrscheinlich viele oder einige. Manche können es besser umsetzen als andere. Und manche haben mal den Luxus, sag ich jetzt mal, das Wissen und die Helden zu haben, ne. Und, äh, dann womöglich auch noch die nötige Motivation. Und dann hast du jemanden wie Klops, der überall vorne ist. Ja, also, keiner hat da eine Chance gegen. Bei den Türmen auch nicht. Da ist, äh, Klops auch immer ganz oben, Events. Also, Klops ist, glaub ich, so einer, wenn der will und Zeit hat, könnte der, glaub ich, alle drei Stufen beim Event gewinnen. Selten, episch und legendär. Meistens ist es immer irgendwie nur eine, ja, aber, aber ich glaube, der, der hätte auch, wenn er, wenn er, wenn er Bock hätte und Zeit und wie auch immer, dann, ähm, könnte der auch alle drei machen. Es ist halt, äh, auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite halt für mich auch völlig, ja, wie soll ich sagen, nicht, äh, es ist halt völlig surreal, weil das, also, mich persönlich gar nicht so juckt, ja. Ja, ich seh halt den, den Mehrwert nicht, ähm, bei einem Turm so viel reinzustecken, um ein paar Embleme zu kriegen. Das ist halt, also, das ist halt, dieser Turm ist dann also im Endeffekt wirklich dann nur fürs Ego, ne, seien wir mal ehrlich. Aber das, äh, soll jeder ja machen, wie er meint, nur, nur, das ist, das sagen die ja auch selber, die Spieler, ne, die, die Türme oder auch die Events, die zu gewinnen, das machen sie nicht wegen dem Loot, ne, also, dann kann's ja nur fürs Ego sein. Und weil's halt auch in dem Sinne halt auch ein bisschen Spaß macht, aber dann ist man auch so, dass man den dann halt auch so gewinnen will. Da, da, da muss ja schon von Anfang an so ne, so ne Grundmotivation rein, weil man muss ja auch so viele Items einsetzen, das ist ja schon Wahnsinn, ne. Deswegen gehen die ganzen Leute ja auch raus und, äh, nehmen jedes kleine Fitzelchen an Nahrung und Eisen mit, was sie von so einem Einsterne-Titan kriegen können, wenn sie dann, ähm, äh, rausgehen in ne tote Allianz, dann spawnt ja ein Einsterne-Titan und dann gehen die, dann besiegen die den, kriegen Nahrung und Eisen und gehen weiter. Nahrung und Eisen, um Materialien herzustellen, ne. Deswegen, da, da siehst du dann halt auch wirklich, äh, dass, dass viele in den Top-Allianzen dann halt auch nur immer für so ein paar Tage drin sind, dann mal wieder raus sind, dann wieder reinkommen und dann hast du halt Leute, sag mal, wie Kernel, der gefühlt sein Leben lang bei, bei Gypsy Danger ist, äh, dann siehst du ihn auf einmal, der ist vor 21 Stunden beigetreten und zwei Tage später siehst du, der ist vor 8 Stunden beigetreten, weil er halt zwischendurch immer raus ist, ne, um Nahrung und Eisen für Materialien zu sammeln, also, da musst du echt schon für gemacht sein, ja, aber wirklich Respekt an Globs, dass, äh, dass der das permanent immer irgendwie schafft. hat keiner eine Chance, ja, also, du merkst, du hast halt so das Gefühl, jeder, jeder kann da mitspielen, aber wenn Globs Bock hat, dann gewinnt er das Ding. Also, nach dem Motto, lass die da mal machen, ich, 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 ich regel schon am Ende, so, ne, das ist wiederum auf der, auf der anderen Seite halt stark, wenn die, auf der anderen Seite ich es halt nicht nachvollziehen kann, so viel rauszuballern für zwei Tage oben stehen, so ungefähr, ne, aber, okay, jeder macht das, wozu er, wozu er Spaß hat, ist, äh, vollkommen in Ordnung, ne, ne, aber es ist schon, es ist schon krass, kann ich schon sagen, vor allem, das ist halt auch jemand, wie gesagt, der, ähm, permanent immer irgendwie da oben ist, ne. Gut. Genug Lorbeeren verteilt, jetzt geht's, äh, hier, back to business. Scheiß auf den mythischen Titanen. Also, man hat jetzt auch gesehen, wo ich gelandet bin und so, ne, ähm, war mir jetzt egal, aber ich wollte da mal wirklich, weil das, das erste Mal ist jetzt, dass die Avengers besiegt worden sind, war an der Zeit, ja, also, da seien wir mal ehrlich, und, ähm, ja, Globs muss man halt einfach auch mal erwähnen, ist halt, Ehre, wem Ehre gebührt, ja, also, wenn jemand wirklich stark ist, dann erkenne ich das ja auch an, das ist ja, das ist ja normal, sagen wir mal so, ne, wir spielen ja alle, wir spielen ja alle dieses, dieses Spiel in Harmonie, in der Theorie, ne, gibt den einen oder anderen, der dem einen oder anderen nichts gönnt, aber, solche Leute gibt's. Gut. Doppelt gebraked, neun Embleme. Der, er wird hier wieder das Problem werden, er wird das größte Problem von allen mehr sein. Sie macht nichts, Lemur macht auch nichts. Also, ich glaube, Lemur ist der, der schlechteste, den man hinstellen kann, als Tank, wenn grün gesperrt ist, oder? Im blutigen Kampf. Er heilt, was nix bringt, und er macht 94% Verteidigung gegen Natur, die überhaupt nicht erlaubt sind. Also, ist er im Endeffekt, und er kann nicht wieder auferstehen. Also, das ist, glaube ich, wirklich mit Abstand der schlechteste Tank, den du in diesen Modus stellen kannst, oder? Sagen wir mal ehrlich, da kann ich ja sowas von easy reinspielen eigentlich. Wir nehmen noch zwei blaue mit, weil da zwei rote waren. Also, das übliche Team wieder. Ja, warte mal, das machen wir jetzt anders. Ich habe Lust, die Truppen zu ändern. Er hat nämlich erst die, die Defensiv-Truppe dahin gemacht. Gut, gucken wir, wir hätten auch drei blaue nehmen können, aber ich mag eigentlich meine gelben auch, wenn ich mal einfach heute mal hoffe, dass Poppy mehrfach feuert. Das wäre mal, ganz nett. So. Wir können dieses blaue Match machen. Dann spielen wir die grün, dann geht der blaue hier hin, dann haben wir hier nochmal ein blaues Match. Dann hätten wir sechs. Problem wird halt, wenn wir das hier spielen würden, dann kriegen wir die halt hier nicht zusammen. Ich kann zwar hier den grünen spielen, dann ist der blaue hier, der blaue rutscht hier hoch, dann habe ich hier ein blaues Match, aber ich kann mit den unten hier alle nichts anfangen. Also es ist der einzige Weg, um blau zu spielen, dieser. So, und jetzt nehmen wir auch zwischendurch dann mal gelb mit und spielen das auch so. Okay, jetzt haben wir noch ein blaues Match, das ist sehr gut. Wir spielen grün in blau. Ja, gut, gelb kommt noch nach, sehr schön. Okay, perfekt. Ja, löst du ruhig nochmal aus, alles gut. Ich kann jetzt nochmal ein bisschen Zeit rauszögern, ein Zug noch, bis der kleine Ratsch da auch weg ist und dann können wir mal gucken, machen wir das mal noch, das bringt noch ein bisschen Bewegung, vielleicht kriegen wir da noch irgendwas. Ja gut, Namahage sollte jetzt eigentlich nicht auslösen, das war nicht unbedingt der Plan. Okay. So, Gefahr, Trivial. Na, sind wir ehrlich, Trivial ist einfach die Gefahr, ist und bleibt die Gefahr. Wir haben gelb drunter, das heißt, ich muss nicht volle Lotte da reinballern. So, ich hebe mir mal eben, an den Planchett kriege ich dann auch hier, obwohl die blauen will ich eigentlich in ihn rein haben. Ich gucke erst mal, was die gelben bei Trivial anrichten. Sehr gut. Wir machen quasi an. So, jetzt kann ich ihn killen mit Planchett oder und dann die blauen da rein spielen oder ich gehe hier mit Planchett drauf und kill Wächterlemur mit mit den blauen. Was machen wir denn danach? Wir können auch hier noch lila, oh, weißt du was, ich mache das erst mal noch. Okay, perfekt. So, jetzt killen wir ihn und dann spielen wir die vier blauen in Namahage rein. Das sollte reichen, weil Namahage hat nämlich eine richtig scheiß Defensive. Die taugt überhaupt gar nichts. Deswegen reichen da auch zwei blaue in dem Fall. Ja, und jetzt haben wir lange genug rumgespielt und man sieht, wir waren überhaupt nicht zu keiner Zeit irgendwie in Gefahr. aber von daher Wächterlemur war jetzt nicht unbedingt der Jackpot als Tank. So, und Planchett. Guter Mann. Okay. War sehr gut. schon wieder. Ja, da jetzt Varkas ist, müssen wir mit drei blauen reingehen. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders machen. Bane bleibt drin zum Blenden, damit er vielleicht nicht alle trifft. Und wir nehmen, glaube ich, wir spielen das so und so. Ich könnte mir Nordry mit Planchett eigentlich sehr gut vorstellen. Das müsste eigentlich sehr viel Damage machen. Auch wieder hier, Rekhetra, aber auf, guck mal, auf Level 30, die ist ja noch nicht mal ansatzweise fertig. Sehr merkwürdig. Okay. Wir spielen den Gelben rüber, weil dann haben wir hier nämlich noch das blaue Match. So. Die Frage ist, obwohl Mondfalke ist eigentlich völlig egal. Was, wir machen das auch so. Wir spielen das so. Nicht auslösen. Okay. Weil Mondfalke zum einen, also, das muss man sich jetzt hier mal überlegen. Es sind Rekhetra und Mondfalke außen. Zwei Heiler außen. Heiler außen ist sowieso schlecht und dann auch noch in einem blutigen Kampf, wo sie überhaupt nichts bringen. Da hat jemand nicht nachgedacht. Sagen wir mal ehrlich. Und dann auch noch eine Rekhetra, die halt gar nicht ansatzweise fertig ist. Also, ich weiß nicht. Gut. Wir hauen Varkas raus. Den sind wir los. Jetzt machen wir den Diamanten. Tree Evil wird höchstwahrscheinlich nicht auslösen. Hallo? Hallo? Hör auf. Sondern jetzt gucken wir mal, was Nordry und Planchett an Damage machen. Gut. Können wir jetzt hier bei ihm nicht unbedingt sehen, weil er noch diese Schadensreduzierung hat. Aber 688, das ist schon eine Hausnummer. Mit Schadensreduzierung, ne? Von seinem Talent 2 gedöhnt. Kümmern wir uns hier um Ulmer und dann haben wir nur noch Rekhetri übrig. 1000. Und die war nicht ganz voll, ne? Die war auf 330 oder was? Ach, aber das war schon hart. das war nicht schlecht. So, Volamork und wieder ein Tree Evil. Volamork ist nur nervig mit seinen Feinden. Machen die eigentlich irgendwas? Die absorbieren nur Heilung, ne? Aber der quasi ist außen, dafür nehmen wir die mit, das passt schon. Ich glaube, ich nehme hier aber wieder drei gelbe mit, weil wir zwei Leder haben. Volamork ist mir gar nicht so so wichtig. Da würde ich eher für die Seiten da, für die Flanken bereit sein. Okay, wir gucken mal. Wir spielen Lila. Das, ne? Da wir den Roten rüberschieben, rutschen die Roten nach. Hier kommt ein bisschen Blau nach. Vielleicht kriegen wir da irgendwie was Schönes. Vielleicht sogar einen Diamanten oder weiß der Geier was. Wir gucken mal, was da alles so nachkommt. Okay. Kein Diamant in dem Sinne, aber naja. Hm. Hier das rote Match, das habe ich gerade schon gesehen, das waren wir gerade schon im Weg. Also, um hier ein Folgeblaues Match zu kriegen, ne? Die Möglichkeit, haben wir eigentlich nur den, diesen Move hier, dass die drei in Volamork reingehen, dass dann Lila und Gelb setzen sich hier oben hin, dann hätten wir auch ein gelbes Match noch und wenn hier sich ein Blauer hinsetzt, hätten wir hier nochmal ein Blaues Match. Die Alternative wäre dieses und dieser Move hier, den Blauen hier rüber in Mave reinzuspielen, dass hier was nachkommt. Da wir aber Blau haben, da das Roter ist, macht es eigentlich Sinn, das zu machen und dann haben wir hier Gelb-Lila ein Match. Vielleicht kommt Blau nach, ist nachgekommen, was aber nicht dramatisch schlimm ist. Wir spielen das erstmal weiter. Da hätte jetzt Blau kommen können. Dann spielen wir jetzt mal ganz viel rein. Je mehr wir bewegen, desto höher ist die Chance, dass da dann auch was kommt. Okay. So, in Ordnung. Wir haben jetzt zwei von den Viechern, das passt schon. Wir machen jetzt erstmal hier noch Gelb. So, jetzt kann er schon mal ein so Ding da rausdrücken. Wir gehen auf Tree Evil. So und so. Dann sind wir den Kandidaten schon mal los. Jetzt kommt Quasir. Wir gehen nur auf ihn hier. Ach, komm. Nur auf ihn mit unseren Wasser. Ich sehe die vier. Ich die in Mewes spielen. Ja, komm, machen wir. So, jetzt kann ich mit, jetzt haue ich mit Dorn gleich auch nicht Plänche töten. Mach das nicht. Ah, du hast dich selber getötet. Hehehe. Hehehe. So. Nein, wir gehen hier auf Mewe. Weil wir jetzt hier auch noch die Steine drunter haben. Ach ja, der Schaden kommt erst. Ach ja. Hab ich nicht dran gedacht. Dachte, der Minion hält da so ein bisschen was ab, aber der Schaden kommt jetzt zuerst durch. So, jetzt haben wir aber erst mal hier wieder. So, weg mit dir. Okay, okidoki. Gucken erstmal noch, was hier kommt. sie löst gleich aus. Wir machen erstmal noch das Match. So, jetzt haben wir Dawn an, jetzt spielen wir hier rein. Ok, ich war mir nicht sicher, ob es reicht. Hätte ich jetzt erst dieses blaue Match gemacht, dann hätte sie ausgelöst. Bei unserem Glück hätte sie, wie oft kann sie auslösen, gefühlt 20 Mal, dann hätte sie uns gekillt. Deswegen erstmal das nochmal ein bisschen auf Safety, das Match und dann erst reinspielen, wenn sie sowieso halt schon auslöst. Dem Punkt hatten wir jetzt den Vorteil, dass wir halt doch noch am Stand hatten und dass sie gar nicht erst ausgelöst hätte. Okay, wieder ein Tree Evil. Junge, Junge, Junge. Melia im Kostüm, zwei rote, ja, dann Poppy, dann bist du wieder raus, Planchett geht hier rüber, Naudrey kommt rein. So, Okidoki. Wollen wir mal gucken. Wenig blau, wenig blau, das ist nicht gut. Okay, ich würde den gelben hier schon machen, ich hatte gerade überlegt, erst die gelben zu machen, dann gucken, ob hier blau nachkommt, aber wir können auch hier die gelben machen. Die Bombe müsste sich hier hinsetzen, dann haben wir den noch, beziehungsweise, ja, wir haben den noch, weil der hochrutscht, ne, und dann ziehen wir das hier, dann haben wir hier ganz viel gelb alles weggespült und können gucken, ob da was nachkommt. Gucken mal. Ja, das war schon mal gut, sehr schön mit dem blau, sehr, sehr gut, die spielen wir jetzt auch direkt, dass wir wenn möglich Vakas da wegkriegen. Machen wir das auch so perfekt, sehr gut, ja, nice, richtige Entscheidungen getroffen, würde ich mal sagen, wir gehen wieder auf den Achrieval zuerst, ach, wobei, wenn wir die killen, können wir hier ghosten, heißt das, ich schicke Nordry hierhin, ich spiele erst mal hier, warte bis der Gegenschlag da weg ist, gucke jetzt auch nicht, dass ich mir dieses Match hier kaputt mache, damit warte ich auch noch, aber jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr warten, dann machen wir das so, ihn schon mal blenden, eine neue suchen, Minions an, Spiegel raus, Past raus, okay, sehr gut, das ist das Holzschwert des Todes, ne, das ist ein Schaden, macht, Junge, 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 also, wir treffen die richtigen Entscheidungen und sehen halt auch, wo Potenzial ist, das ist ja auch das Ding, die Leute, die da sagen, es hat nichts mit Skills zu tun, da musst du halt wirklich, du musst teilweise schon erahnen können, wo eventuell was kommt, klar, es ist dann Glück, dass es kommt, dass es so kommt, wie du es dir vorstellst, aber, wenn du das halt vom Prinzip her schon gar nicht siehst, ist halt schon schwierig, wenn du einfach nur auf gut Glück reinspielst, ne, so, wir können grün nicht nehmen, das heißt, wir brauchen hier einen Boni-Entferner, das würde jetzt wieder auf lila hinauslaufen, nehmen wir nehmen wir dann die gelben, ja, True Evil macht mir einfach zu viel Angst, drei gelbe, zwei lila, in dem Fall, drei gelbe, zwei lila, dich nehme ich mit Boni-Entfernung, und wir nehmen noch in lila mit Oberon, für das Gift, oder Aquila für den Dodge, da habe ich nicht mal Aquila für den Dodge mit, in der Hoffnung, dass wir dann, dann werde ich das aber hier anders positionieren, weil dann soll nämlich quasi an den Dodge ran, weil, wenn es am Ende nur noch so ist, dass nur noch die drei hier in der Mitte sind, weil sie die ganze Zeit dodgen und die anderen beiden nicht, dann hält quasi mich am Leben und Bane feuert, wenn ich nur Türum da hätte, hm, der macht nicht viel Schaden, der ist eigentlich wirklich nur lediglich dafür da, um Boni zu entfernen, mehr soll der gar nicht machen, der ist nicht für Damage ausgerichtet, ne, wenn man mal guckt, ich bin immer defensive gegangen bei ihm, immer defensive, weil er halt einfach nur, ähm, leben soll, um den Bonus zu entfernen, er ist kein Killer, er ist einfach kein Killer, ich hätte natürlich auch hier lang gehen können, aber dann hätte ich Leben gehabt und hier habe ich Defensive und Leben, da musste ich halt irgendwo Abstriche machen, hier hätte ich Angriff gehen können, hier auch, aber es ist immer Leben und Angriff, ich wollte ihn halt, ne, solider in der Defensive haben, deswegen ist er keiner, der, der finisht, da sind das dann eher, ist das eher Bane und er sorgt dafür, dass wir überleben, also wenn, wenn die so dodgen, wie sie dodgen sollten, oder in der Defensive dodgen, dann, ähm, sollte das funktionieren eventuell, nichtsdestotrotz, zwei langsame in der Mitte, werden wir jetzt mal wieder sehen, wie das, äh, was das für Auswirkungen hat, wir haben hier lila, wir haben dann auch gelb, was nachkommen könnte, ne, wir bewegen hier relativ viel, ähm, würde ich tatsächlich sagen, wir gucken mal, okay, war jetzt nicht sonderlich viel, was da passiert ist, würde ich, wir können den, ja, den habe ich jetzt auch gesehen, den rüberschieben, dann hätten wir ein gelbes Match, wäre nicht übel, ne, in Ulmer kann man da mal rein spielen, sollte nicht Gewohnheit werden, aber einmal geht, wir machen das so, hier in der Reihe kann jetzt auch wieder gelb kommen, dass wir eventuell auch wieder ein gelbes Match kriegen, machen das jetzt so, oh, perfekt, nein, nein, mach nicht, noch nicht kaputt, er musste jetzt eigentlich noch nicht auslösen, Bane, Alter, Bane, was ist los bei dir, Bane ist schon so gut wie tot, da brauchen wir jetzt aber mal Minions, so, wir haben hier gelb, ich würde eigentlich gerne dann gucken, dass wir ihn rauskriegen, ach komm, ernsthaft, er löst auch in der ersten Aufladung aus, sehe ich ja doch, okay, nein, Bane halte durch, er weicht schon wieder aus, diese kleine Mistkrücke, ne, wie machen wir das denn, gehen wir halt hier hin, okay, so, lass mal gucken, jetzt, ah, Bane, Dodge, ja, dafür habe ich das gemacht, stark, jetzt geht's los auf, Bewe, schön, doppelter Hit, gut, jetzt spielen wir die grünen, wir ghosten sie zum einen, zum anderen haben wir die Chance, dass da gelb kommt, und zum dritten haben wir die Chance, dass da lila kommt, ne, hier unten, okay, fuck, scheiße, und Dodge ist auch noch weg, uiuiuiui, oh, okay, und das wird interessant, wir sind nämlich relativ am Arsch, oh, Gift macht noch Schaden, oh, aber bei ihm macht das Gift auch Schaden, das wiederum ist gut, schön, er war wichtig, ganz viel gelb geghostet, das machen wir nochmal, so, ich hoffe, ah, ja, ja, okay, die beiden müssen jetzt hier, die müssen es erstmal überleben, so, ich hoffe, wir können quasi killen, okay, das Gift ist weggetickert, jetzt kommen nur noch seine Auto-Attacks, und, da gucken wir jetzt einfach mal, dass wir die nicht unbedingt abkriegen, vielleicht, dass das Gift da selber noch ein bisschen lang tickert, wir spielen hier das gelbe Match, spielen wir das hier, okay, wichtig, ja, das war nicht so geil, aber, wir haben den Dodge an, oh, puh, knappe Kiste, Junge, 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 aber nicht schlecht, der Tree Evil, der Tree Evil hat wieder alles verändert, als er ausgelöst hat, ne, da war auf einmal Alarmstufe Rot, Junge, 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 okay, sehr gut, gut weitergemacht, vor 16 Minuten wieder ein Sieg, ja, das läuft, also, Oberon, bester Mann, an dem liegt es, ich sag es dir, der ist, der ist ein Game Changer, Momentan habe ich echt ein Händchen, was defensiv wieder angeht, ne, es gab eine Zeit lang, da war es, da war es dauerhaft A, oder B, da war es eine Zeit lang, da war dauerhaft E, und jetzt, sind wir wieder bei, ähm, dauerhaft A, also, das läuft, so, gucken wir mal im Eimer rein, okay, da, wir stellen 8 Stunden lang Wirbelwinde her, äh, hier haben wir einmal, was zum Gratis abholen, ja, macht das, macht das auf jeden Fall, das ist übrigens auch, weil wir im Livestream drüber geredet haben, eins der, guten Truppenangebote, ne, also, diese 36 Euro hier, ist sehr gut investiert für Truppenleveln, tatsächlich, äh, das natürlich dann auch, ja, aber, es ist halt, wenn man sieht, hier 10, 2 Sterne, hier hast du 24, 2 Sterne und 12, 3 Sterne, das, das, das hilft hier schon enorm, nicht, dass ich sagen will, kauf das, aber, wer, wer Truppenleveln will, das ist eine gute Adresse, äh, dann haben wir das, ach so, heiliges Angebot, ja, hier ist meine Heldenkapazität, weil ich warte auf den Soul Exchange, ich habe schon letztens dieses Angebot, oder eins auch für 23,99, kann sein, dass es genau das gleiche war, habe ich auch ausgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, ne, ich warte auf den Soul Exchange für freien Platz, jetzt habe ich aktuell nach der super Elementarbeschwörung noch zwei freie Plätze, also Leveln ist im Moment nicht, dementsprechend, äh, warte ich, ja, 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 das, das dicke Angebot, im Shop gibt es auch noch, also im, im Online Shop gibt es auch noch ein Angebot, das ist, ähm, das hier, nur statt den Trainerhelden Wappenrock, genau das gleiche, also die Juwelen und die, ähm, Münzen, nur statt zwei Trainerhelden Wappenrock, finde ich dann persönlich besser, ja, dann nehme ich lieber einen Wappenrock als zwei, drei Sterne Trainer, seien wir mal ehrlich, also wer, wer überlegt hier, diese Menge zu kaufen, anstatt, äh, diese Menge hier, und wie man sieht, ne, ich habe das im Shop gekauft für die 41,99, mit dem Wappenrock, weil die sind ja noch alle da, und wir haben ja mit super Elementarmünzen beschworen, also von daher, hier werde ich auch nichts kaufen, tatsächlich, ich habe mir halt dann überlegt, jo, was machst du jetzt, was macht mehr Sinn, dann habe ich mir gedacht, gut, das sind sechs Euro mehr, sind aber 500 Juwelen mehr, und du kriegst noch einen Wappenrock, den du sowieso brauchst, also, ähm, ja, ich meine, für 500 Juwelen und einen Wappenrock, sechs Euro mehr, ist natürlich jetzt auch nicht gerade, äh, günstig, ja, aber, es hat mir in dem Moment mehr geholfen, sagen wir mal so, aber von denen angeboten, hier kaufen wir jetzt nichts mehr, super Elementarbeschwörung ist durch, brauchen wir nicht, oh, was haben wir hier, achso, das waren die Gratis-Embleme, ja, auch gut, habe ich mir schon angeguckt, was haben wir hier, achso, königliche Schatzkammer, da brauchen wir auch nichts von, was müssen wir hier wieder machen, suche einen neuen Überfallgegner, fünfmal, das ist halt einfach nur Nahrungsverschwendung, ne, sind wir mal ehrlich, das machen wir nicht, Mono, Monoraid, nein, ja, das müssen wir noch machen, Wettstreit der Elemente, das kommt wahrscheinlich heute noch, dann um 17 Uhr, denke ich, okay, gut, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns, macht's gut, ciao, ciao, toh, Untertitelung des ZDF, 2020